Dzień dobry! Herzlich Willkommen bei Pierogi in der Neutorgasse 28. Uns gibt es in Graz seit 2015. Pierogi sind eine polnische traditionelle Spezialität. Unsere Teigtasche sind in verschiedenen Größen und verschiedenen Füllungen. Unsere Pierogi gibt es pikant und süß und jede findet etwas für sich. Pikant ist vegetarisch, vegan oder mit Fleisch. Süsse sind gefüllt zum Beispiel mit verschiedenen Obsten, Mohn und Schoko. Wir kochen nach dem Rezept unserer polnischen Omas. Die Rezepte von 1937 hängen bei uns im Lokal. Alle unsere Zutaten kommen von regionalen steirischen Bauern. Unsere Pierogi kann man bei uns essen, liefern lassen oder bei uns kaufen und selbst zu Hause kochen. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns! Musik